Hier auf der Lotteriengala Nacht des Sports werden wir auf den Sportler und die Sportlerin des Jahres treffen. Wer das sein könnte, haben wir uns für euch umgehört. Naja, also ich glaube mal, dass es da einen Herrn gibt, der ganz gut Slalom fahren kann, der will es schon machen, nehme ich an. Ich traue mir das gar nicht so richtig sagen. Skisport ist ja immer ganz vorne, glaube ich. Also darauf würde ich setzen, ich selber bin für die Mannschaft des Jahres da und hoffe natürlich auf die Skispringer. Ja, das werden wir bald, werden wir es wissen, aber ich glaube extrem gute Karten hat ein Marcel Hirscher, was der letzten Winter, letztes Jahr geleistet hat. Also gut, der hätte es sich schon verdient, muss ich sagen. Ich glaube bei den Herren, Marcel Hirscher, also so mein Heißer-Di, bei den Damen bin ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen will ich auch nichts verraten. Und bei den Damen gibt es auch eine sehr gute Skisportlerin, die einen charmanten Freund auch hat. Also ich denke, die wird es machen, aber keine Namen, man weiß nichts genaues. Was passiert denn nach der Gala? Nach der Gala? Na, letztes Jahr weiß ich nur, dass der Ötzi gesungen hat. Weißt du, wer heute Abend singt? Ich weiß es gar nicht genau. Reinhard Findrich singt? Das wird ein Spaß. I'm from Austria. Ja, ich stehe da und werde mitsingen. Wie fühlt sich denn die 5 Kilogramm schwere Trophäe an? Schwer, aber gut. Ja, also es ist natürlich eine riesengroße Ehre, da als Sportler des Jahres gold zu werden sein und ein Wahnsinnsabschluss von einer noch besseren Saison für mich. Schwer, aber gut. Ja, schwer, aber auch sehr gut. Also sie freut mich sehr gut und ich bin glücklich, dass ich sie endlich auch in meinen Tenten halten kann. Ja, schönes Gefühl, also super. Sehr gut, ganz ehrlich, wirklich. Also ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da in die Fußstapfen von sehr großen Sportlern treten darf und ich freue mich, dass ich über die Trophäe. Wie fühlt man sich generell nach seinem Sieg? Es ist immer ein schönes Erlebnis. So viele Sportler wie da sind, so viele gute Sportler wie nominiert worden sind, da die Besten zu sein, ist ein sehr schönes Gefühl. Überwältigt. Ich kann es gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Was haben Sie kurz vor der Siegerehrung gedacht? Ich war sehr nervös, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe richtig Scheißen aus der Hände bekommen und ich war sehr nervös. Ja, ich war schon, also bin schon ein bisschen nervös geworden. Also es sind ja viele gute Sportler nominiert gewesen mit guten Erfolgen und ja, da steigt das Kribbeln natürlich, aber ich freue mich riesig, dass es ja ausgegangen ist. Ich war brutal nervös, muss ich sagen. Also es war wirklich seit langem wieder einmal so Herzklopfen und wirklich, ja, ich war nervös, weil die Konkurrenz war natürlich nicht gerade die schlechteste und es sind wirklich alles Topstars in ihren Sportorten und von dem her muss ich sagen, ja, war ich sehr aufgeregt. Wie gefällt Ihnen die Veranstaltung? Es ist voll schön, da zu sein und zu denen dazuzuhören. Jedes Jahr ein Highlight, also es ist wirklich professionell aufgezogen. Es kommt was Gutes dabei aus, die Sporthöfe kriegt eine super Publicity durch das und kann dadurch den Sportler mit etwas zurückgeben als eine Wien-Wien-Situation. Ja, Wahnsinn, ich bin das erste Mal da, aber es ist riesig. Ich glaube, es ist alles da, was in Österreich irgendwo Rang und Namen im Sport hat. Und es ist eine sehr schöne Veranstaltung. Was sagen Sie zu den diesjährigen Siegern? Verdiente Sieger, natürlich. Ich glaube, wenn die Sportjournalisten wählen, dann wählen sie das mit sehr viel Qualifikation. Die Sportjournalisten, die da mehr oder weniger ihre Stimme abgeben, die kennen sich schon wirklich gut aus. Und es haben wirklich auch die Richtigen gewonnen. Was passiert denn auf der Party nach der Gala? Weiß noch nicht, schauen wir mal. Ja, das wird sich weisen. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen zusammensitzen und den Abend ausklingen lassen. Das werden wir im Fernsehen nicht verraten. Gute Frage, ist meine erste Gala. Das besprechen wir dann morgen. Gute Frage, ist meine erste Gala. Gute Frage, ist meine erste Gala.